Herzlich Willkommen hier bei We Love MMA. Das Event in Nürnberg war ein voller Erfolg und deshalb gibt es jetzt auch schon in knapp zwei Wochen das nächste Event. Am 30. Oktober macht We Love MMA Station in Hamburg. Tickets gibt es immer noch zu kaufen, das heißt kommt vorbei, aber was erwartet euch eigentlich in Hamburg in der Barclays Arena? Wir haben zwölf packende Fights auf dieser Fightcard, die besten MMA Kämpfe aus Deutschland kommen zusammen und im Main Event haben wir Karl Nickel vs. Sergiu Pintje Klin. Nachdem Karl Nickel aus dem X-Fight in Minden beim letzten We Love MMA Event vor der Pandemie, das war in Hannover im Februar 2020, damals schon den Hauptkampf bestritten hat, will er auch diesmal als Headliner in diese Veranstaltung gehen und auch nach dem Lockdown wieder für Action sorgen. 2020 war es ihm nicht möglich, den Gürtel im Schwergewicht zu erobern, nichtsdestotrotz will er weiterhin im Titelrennen bleiben und hat diesen Gürtel als Ziel auch fest im Blick. Sergiu Klin hat sich nun aber bereit erklärt, diese Herausforderung anzunehmen. Er kommt aus der renommierten Phoenix Academy aus Kassel. Dem erfahrenen und unroutinierten Kickboxer sind Auftritte auf großen Bühnen nicht fremd und er ist immer wieder für spektakuläre Kämpfe und krachende Knockouts zu haben. Leute, Sergiu Pintje Klin vs. Karl Nickel wird ein wahnsinnig großer Banger. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen und das ist definitiv Main Event würdig. Dann haben wir ebenfalls einen sehr spannenden Fight und zwar Joram Wittke vs. Mraz Avdojan. Wir haben Joram Wittke, der als Amateur 7 zu 0 stand, 2018 dann Pro ging und bei We Love MMA eine Siegesserie am Laufen hat. Mraz Avdojan kommt aus dem Team Matrix aus Saarbrücken und hat seit seinem ersten MMA-Kampf 2016 keine Niederlage mehr einfahren müssen. Das heißt, wir haben hier einen sehr starken Kämpfer, der aus dem Amateurbereich 7 zu 0 stand und dann Pro ging vs. ebenfalls einen starken Profi, der schon lange ungeschlagen ist. Dann haben wir noch ein weiteres Duell im Welterweight. Hier muss eine 0 gehen. Simeon Kapuja trifft nämlich auf Wladimir Radic und beide stehen noch zu 0. Der Lokalmatador Radic überzeugte 2019 bei seinem Debüt in Hamburg mit einem sehr starken Ring. Simeon Kapuja lässt sich davon aber nicht beeindrucken und will dementsprechend sich auch hier einen Sieg einfahren. Gehen wir runter an das Federgewicht. Dimitri Isak ist aktuell auf Platz 5 der We Love MMA Rangliste im Featherweight, ist aber auch auf dem Weg an die Spitze. Er trifft bei We Love MMA in Hamburg auf Finn Schmetzer. Dessen letzte Niederlage war gegen Laurence Hoth. Diese will er wieder wettmachen und weiter nach vorne und in die Top 10 kommen. Bisher ist Dimitri noch ungeschlagen. Seine Kämpfe konnte er sogar immer vorzeitig durch sein Mission beenden. Wird er hier also weiterhin in einer Winning Streak bleiben oder schafft es Finn, ihm die erste Niederlage seiner Karriere zuzufügen? Weitere Kämpfe bei We Love MMA in Hamburg sind Sirene Zenobio vom SVP Hamburg gegen Lasha Abrimishvili von La Onda in Magdeburg. Dann haben wir ebenfalls Löwer, Mistoyan aus dem UFD Gym in Düsseldorf gegen Muhammad Yildirim, einem starken Ringer aus dem RFC Köln. Also Leute, We Love MMA in Hamburg verspricht einiges. Das wird wieder ein krachendes Event. Kommt vorbei, kauft euch die Tickets auf Eventim und dann sehen wir uns live in Hamburg. Bis dahin, ich freue mich, ciao.